Hallo bei Musikmachender, Nikolaj hier von NM Show 2014. Wir sind bei Gibson. Ein weiteres Modell, die SG Futura haben wir jetzt. You also have the Burst Bucker 3 in the Bridge Position, you have coil splits as well, and a 15 dB Boost actually right here. It's passive, and it's battery operated as well. You can change the gain of the passive boost, I'm sorry, you can change the gain of the boost actually von 1-15 dB, 1-15 dB bei Trimpot. In der, of course, Mahogany Body, Set Mahogany Neck, Rosewood Board, die Cryogenically Treated Fret, das ist neu für Gibson in 2014 und die USA Models. Sie haben eine sehr playinge Surface weil es Plecte ist. Sie haben die 120 Anniversary Logo und die 12 Fret. Und Sie haben die Graf-Tec Nut für Great Tone und die Mini Tune System so Sie können die Gitarre no matter where you are if you're a Pro or if you're a beginner this guitar is for you. If you want to stand out and rock definitely check out the SG Futura.